Hallo, jetzt wird es kompliziert, aber es lohnt sich. Denn wer das Prinzip dieser Montierung versteht, der versteht auch was von Astronomie. Denn er hat verstanden, dass die Erde rund ist, sich dreht und dabei um die Sonne kreist. Nicht lachen, denn wer zum Beispiel meint, unsere Sonne beschreibt im Laufe des Tages einen Bogen am Himmel, liegt schon falsch. Ach, wäre die Erde nur eine Scheibe, so wie eine Schallplatte. Es gebe für alle Menschen auf unserer Seite den gleichen Anblick des Sternenhimmels. Mal vom Wetter abgesehen und die veränderte Schwerkraft außer Acht gelassen. Aber es gebe auch keinen Tag-Nacht-Wechsel. Wir hätten nur eine helle Sommerzeit und ein finsteres Winterhalbjahr. Für die unter uns wäre es andersrum. Flögen wir ansonsten weiterhin so schief durchs All um die Sonne, hätten wir alle genau über uns den Polarstern. Die am Nordpol genauso wie wir. Die Sonne würde permanent am Himmel kreisen, immer in der gleichen Höhe zum Horizont. Nur allmählich würde sie die Höhe ihrer Bahn von Tag zu Tag Stück für Stück ändern. Im Sommer immer höher. Zum Herbst verschwindet sie dann schlagartig und scheint für ein halbes Jahr auf der anderen Seite. Es wäre nur dunkel und extrem kalt. Übrigens auch im Sommer wäre es trotz permanenter Sonne kälter, da sie auf der Erdscheibe nirgends mehr im Zinit steht. Der Einfallswinkel ist viel flacher, sodass wir immer lange Schatten hätten. Da können wir nur hoffen, dass die Wissenschaft sich nicht irrt und die Erde vielleicht doch eine Scheibe ist. Noch ist sie rund und so kommt es nun, dass wir die Sonne nicht ununterbrochen sehen. Die gewölbte Erde versperrt uns nun die Sicht. Diese Phase nennen wir Nacht. Und wir stehen mit unseren Köpfen auch nicht mehr alle in die gleiche Richtung. Nur die Jungs und Mädels am Nordpol haben den Polarstern immer noch genau über sich. Es ist dort kalt und im Winter ewig dunkel. An den Polen wirkt unsere Erde tatsächlich wie eine Scheibe. Man nennt sie deutsche oder äquatoriale oder parallaktische Montierung. Diese macht es möglich, ein Teleskop, so wie dieses Bresser-Quasar, den Sternen nachzuführen, obwohl wir nicht in die gleiche Richtung stehen wie die Drehachse unserer Erde. Dazu reicht es zu wissen, wie der Winkel unserer Senkrechten zu dieser Achse ist. Oder wie es sich in der Praxis durchgesetzt hat, den Winkel zur Äquatorsenkrechten zu nehmen. Dort beginnt man mit 0 Grad zu zählen. Am Pol sind es dann 90 Grad. In Berlin sind es etwa 52,5 Grad. Die Achse, die die Erdachse simuliert, heißt hier Rektazensionsachse oder auch Stundenachse. Diese stellen wir mithilfe der angebrachten Skala auf diesen Wert ein. Das alleine reicht aber noch nicht. Wir müssen natürlich auch noch herausfinden, wohin unsere Erdachse ausgerichtet ist. Für die grobe Ausrichtung nehmen wir da den Polarstern. Das ist ungefähr der Punkt, auf den das Nordende der Drehachse unseres Planeten zeigt. Dorthin richten wir jetzt auch unsere Teleskopachse. Hilfreich ist dabei ein Kompass, der uns zeigt, wo Norden ist. Der Rest ist eigentlich ein Kinderspiel. Mithilfe der zweiten Achse, Deklinations- oder Höhenachse genannt, stellen wir uns ein Himmelsobjekt ein und durch langsames Drehen der Stundenachse können wir so die Erddrehung ausgleichen und unser Stern bleibt immer schön im Okular zu sehen. Mit dem Smartphone-Adapter der Carbon-Look-Serie und so einer Montierung sind sogar Astrofotos mit eurem Handy möglich. Auch bei diesem Thema gilt, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Auf den Bresser-Internetseiten oder in eurer Bibliothek findet ihr noch einiges dazu. Schönen Gruß von Bresser, euer Inka. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Werdevant债, peevanäuserin wir uns in Strategi, 2017 Und deshalb ist es ein Hobby-Outrofotosmi-Internetseiten Untertitelung des ZDF, 2020